Vertrauensvoll – Loslassen mit der großen Liebe Während der gesamten Zeit, in der Paula und Moritz zusammen sind, weiß sie von seinem volle Hosenfetisch. Idealerweise tönt die unbeschreiblich starke Erregung, die er bei jeder seiner duftenden Sessions empfindet, sie ebenfalls an. Eine Eigenschaft, die dem Liebespaar bei einem Ausflug in die Natur aufregend zugute kommt. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage